Ich möchte nun noch kurz die Einbindung in Cubase zeigen. Wir können zum einen AX als Plug-In verwenden. Ich habe hier die VST3-Plugins installiert, deswegen sind die automatisch in einem Unterordner eingesortiert, im Restoration-Unterordner. Wir haben hier Connect, die Click, die Clip, die Crackle, die Hum, die Noise, die Reverb, Dialog-Denoiser und Monitor. Zunächst die Module, die sollten da mittlerweile bekannt sein, das heißt, ich werde jetzt nur noch auf die beiden Plug-Ins eingehen, die man vielleicht nicht kennt. Wir haben einmal AX-Monitor. Das habe ich schon mal erwähnt. Das ist ein Plug-In, was wir jetzt brauchen, wenn wir in der Software arbeiten, bei der es nicht möglich ist, dass mehrere verschiedene Programme auf das gleiche Audio-Gerät zugreifen. In Cubase ist das nicht problematisch, also in Cubase funktioniert das. Ich kann jetzt hier in AX auch per ASIO auf mein Interface zugreifen, deswegen werde ich das hier ignorieren und ich werde das AX-Monitor auch nicht benutzen. Wie das konfiguriert wird, hatte ich schon mal in dem ersten Video erklärt. Wir können das dann einfach in irgendeinen Kanal laden, den man zum Beispiel immer auf Solo schaltet, dass man immer hört, was man dort bearbeitet. Wie gesagt, wir brauchen es hier nicht. Um das andere Plug-In, das ist dann AX-Connect, zu verwenden, werde ich hier direkt erst mal dieses Plug-In als Render-Plug-In verwenden, das heißt, ich werde über die entsprechenden Befehle das jetzt hier öffnen. Wir haben jetzt hier das Rendering-Plug-In, das heißt, wir werden in Cubase, wenn man das jetzt so macht, wird das eigentlich eingerechnet, der Effekt, den man gerade anwenden will. Wir haben jetzt natürlich hier noch nichts gemacht, das heißt, was wir hier einrechnen würden, wäre jetzt erst mal nichts. Wir sehen uns hier ein Fenster vor uns, was nicht allzu viele Informationen erhaltet. Wenn wir nachher die Audiodatei eingeladen haben, werden wir hier unsere Wellenform sehen, wir können die dann auch löschen und neu einladen. Wir haben zudem die Möglichkeit, die Audiodatei erst mal nur als Referenz zu senden. Als Referenz bedeutet, wir können das in AX einladen, können es aber nicht zurückschicken. Das kann hilfreich sein, wenn wir jetzt zwei Takes aneinander angleichen wollen, dann können wir das eine als Referenz setzen, beziehungsweise senden, und das andere dann in den Repair-Modus senden und dann bearbeiten. Wenn wir jetzt die Audiodatei transkodieren wollen, beziehungsweise übermitteln wollen, können wir das entweder über Vorschau machen. Das dauert natürlich, wenn man eine drei Minuten Audiodatei hat, relativ lang, deswegen kann man auch einfach auf Ausführen klicken. Wenn ich das jetzt mal mache, wird sich gleich AX öffnen. Dazu sei gesagt, dass bei mir immer eine Fildermeldung erscheint. Das muss nicht verwundern. Die sagt, sie würde die 32-Bit-Version von AX nicht finden. Die ist aber installiert. Der Support meint, das ist ein Problem, was bei Windows auftreten kann. Damit muss man leider leben. Um jetzt in AX arbeiten zu können, muss man aber an dieser Stelle dann entweder die 32- oder die 64-Bit-Version von AX entweder offen haben oder öffnen. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Ausführen klicke, wird sich, weil ich AX im Hintergrund schon offen habe, AX gleich in den Vordergrund stellen und dann die Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Wenn AX jetzt nicht geöffnet wäre, kann ich das trotzdem machen. Also kann ich trotzdem auf Ausführen klicken. Das heißt, es wird trotzdem in den Zwischenspeicher geladen. Wenn ich dann irgendeine der beiden AX-Versionen öffne, wird dann auch dort direkt die Audio-Datei eingeladen. Ich drücke jetzt, wie gesagt, auf Ausführen. Wir kriegen diese Fehlermeldung. Okay, und ich habe jetzt das Audio-Beispiel hier, die Datei vor mir. Wir sehen jetzt hier oben unseren Tab wieder und wir sehen da drum herüber, die Möglichkeiten zurückzuschicken. Wenn ich das als Referenz sende, habe ich das nicht. Ich drücke jetzt einfach mal auf Send Back. Jetzt sehen wir hier erwartet auf AX Connect, denn ich habe gerade kein AX Connect geöffnet. Ich gehe nochmal zurück in Cubase. Wir sehen jetzt, dadurch, dass ich das reingerechnet habe, in Anführungszeichen, ist das Fenster geschlossen. Um das nochmal zu öffnen, kann ich es einfach wieder über den altbekannten Weg hier öffnen. Jetzt sehen wir auch hier, okay, wir haben jetzt hier Cubase 1 heißt, das ist das Erste, was ich übermittelt habe. Und kann das jetzt über Ausführen einrechnen. Wenn ich das jetzt mache, sieht man erstmal nichts, deswegen werden wir gleich erstmal eine Bearbeitung in AX vornehmen. Es ist nämlich auch in AX vorhanden, wenn ich es schließe, ist es nicht mehr vorhanden, ist natürlich weg. Ich werde jetzt einfach mal hier Stille einfügen. Das wird man dann nachher ganz deutlich sehen. Jetzt sage ich wieder Send Back. Er wartet hier. Wenn ich das andersrum mache, also erst in Cubase, das Plugin wieder öffne. Also AX Connect öffne und jetzt hier Send Back drücke, ist es automatisch da. Wenn ich es jetzt ausführe, er rechnet es rein und wir sehen, die Datei ist auf einmal kaputt. Also ich habe meine Änderung übernommen. Das ist ein sehr einfacher Workflow, mit dem man hier kleine Schnipselchen von Dateien sehr einfach in AX bearbeiten kann, ohne jetzt dauernd rausrechnen zu müssen. Also wir rechnen ja schon irgendwo raus, aber man muss nicht erst den Exportprozess oder sonst was starten, sondern man kann das sehr einfach integriert in den Workflow machen. Und ganz wichtig, die Zeitinformationen bleiben erhalten. Das heißt, wenn ich jetzt diese Schnipselchen nehme, was ich hier manuell mühsam angeglichen habe an meine Referenz, dann kann ich es einfach in AX laden und muss nicht wieder von vorne anfangen, diese Schnipselchen hier zeitlich einzuflegen oder irgendwie versuchen, es mit der neuen Version zu ersetzen. Problematisch ist, dass ich natürlich jetzt hier nicht so einfach mit diesen AX Documents arbeiten kann. Ich kann zwar, ich öffne dazu jetzt AX, das hier auch wieder abspeichern als AX Document. Einfach mal auf dem Desktop. Jetzt sehen wir auch, okay, es ist als AX Document abgespeichert, aber ich kann es jetzt nicht einfach wieder zurückschicken. Das heißt, was ich jetzt machen müsste, ich öffne das hier wieder, also hier wieder Connect. Da bietet es hier übrigens an, ein Makro oder einen Shortcut wieder zu verwenden. Dann drücke ich hier auf Ausführen, jetzt kommt wieder die Fehlermeldung, ist alles schön und gut. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, okay, ich nehme hier alles. Ich füge hier erstmal noch die Stille ein, dass man auch sieht, dass sowas passiert. So, ich kopiere mir das alles. Entferne das alles und, naja, man sollte es wirklich vorher entfernen und kopiere es dann hier rein. Und jetzt haben wir hier das, was ich eigentlich haben wollte. Jetzt ist AX Connect natürlich erstmal wieder nicht offen. Aber es macht nichts, das heißt, ich öffne das hier rüber wieder. Ich habe dafür, wie gesagt, einen Shortcut. Und jetzt führe ich es aus. Und es ist auf einmal alles weg. Okay, da hat sich jetzt irgendein Fehler eingeschlichen. Aber man kann damit sehr einfach auch solche Bearbeitungsschritte, die man mal gemacht hat, abspeichern. Nur dann ist das Einpflegen halt, wie ich jetzt schon gezeigt habe, nicht mehr ganz so einfach. Das heißt, da sollte man immer darauf achten, dass man, wenn man wirklich Bearbeitungen hat, wo man sich noch nicht sicher ist, dass sie so übernommen werden, dann doch eher die Datei rausrechnen. Oder wenn man hier über Render in Place geht, kann man das auch in der Art und Weise machen. Und dann an gleicher Stelle wieder einfügen. Das jetzt zur Einbindung in Cubase. In anderen Programmen läuft das ähnlich. Ich meine, in Pro Tools ist es noch ein bisschen einfacher. Da hat man dann nicht ganz so viel zu tun mit dem immer wieder Öffnen von dem AX Connect. Aber vom Grundprinzip her ist es sehr gut gelungen. In der alteren Version, ich hatte Rx3, war es so, dass man noch dieses Spectral Repair Tool direkt in Cubase und offen hatte. Aber das lief nicht so richtig. Und man hatte auch nicht die Möglichkeit, jetzt verschiedene Quellen heranzuziehen. Und man konnte auch nicht das unbedingt so einfach abspeichern. Das heißt, wir haben jetzt hier eine sehr, sehr einfache Möglichkeit, unsere Standalone-Version mit dem vollen Funktionsumfang in Cubase einzubinden. Das war es dann eigentlich auch schon mit den Videos zu Rx. Ich hoffe, der Testbericht bzw. dieser Erfahrungsbericht mit den paar Beispielen hat gefallen und würde mich dann über ein paar Kommentare noch freuen.